Oh, das ist ja ein süßes Schlafzimmer. Ich meine, ich darf hier gar nicht sein. Vielleicht sollte ich einfach hier nicht sein. So, am besten mal hinstellen, dass jeder einen sehen kann. Passiert ja eh nix. Hust, hust. Da hinten war ich aber noch nicht. Dann geh ich da alles nächstes hin. Ähm, Link, bleib oben. Was haben wir denn hier? Es war die ganze Zeit dort. Und ich wundere mich noch, dass der Sandsturm an der Stelle nie nachgelassen hat. Hallo? Was willst du denn hier? Auha, wer bist denn du? Hi, Anton. Ich hatte es noch nie mitgesetzt. Nee, nee. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich bin Archäologin. Und untersuche die alten Schriften, die ich gefunden habe. Und ich habe sie entschlüsselt. Naja, fast. Aber es ist nur eine Frage zur Zeit. Und dann werde ich mir einen Namen als Archäologin machen. Oh! Dass wir uns hier treffen, muss ein winktes Schicksal sein. Ich kann dir also beruhigt von meiner Forschung erzählen. Und zwar alles. Jedes Detail. Na, willst du es hören? Ähm, ähm, ähm. Ja? An den Ausläufern der Gerudo-Wüste östlich dieser Stadt befindet sich ein Tempel. Er ist den riesigen Statuen der sieben Kriegerinnen geweiht, die von den Gerudo als Beschützer verehrt werden. Die Geister der sieben Weisen weisen den Weg. Was? Ihnen obliegt es, den Zugang zu gewähren. Zur Heldenprüfung. So steht es in den Schriften, die in diesem Tempel gefunden wurden. Es heißt, aus allen Teilen der Welt sei ein Abenteurer gekommen, um die Kraft des Helden zu suchen. Aber soweit ich den Text hier verstehe, hat noch niemand die Prüfung bestanden. Was? Eine Prüfung? Was ist denn das für eine Hauhai? Also was es damit auch sich hat, finde ich sicher noch raus, wenn ich den Text weiter studiere. Und ich bin mir nicht sicher, aber die Kriegerinnen besaßen jede eine Kraft, die Teil einer größeren Kraft war. Diese Kräfte waren Geist, Können, Ausdauerwissen, Flugbewegung und Samtflug. Aber für mich sehen sie alle gleich aus. Kann nicht mehr lange dauern, dann verstehe ich das alles. Allerdings ist der Titan viel aktiver in letzter Zeit und stört meine Forschung. Aber dann bin ich so nah dran. Oh, ein Kind. Och, die ist ja putzig. Eine Fremde! So, was da? Tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht mit dir spielen, Fremde. Ha, 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 was machst du denn da? Ich tue so, als wäre ich die große Orbosa. Orbosa war eine tolle Kriegerin und hat ganz, ganz lange vor mir gelebt. Sie war ein Rekker und hat diese Stadt vor einem bösen Geist beschützt. Meine Schwester sagt, dass man ganz viele Wachen sch... Dass man ganz viele Wachen schieben muss, damit keine Geister auftauchen. Aber die sind zu schwer für mich. Ach, die ist ja putzig. So. Sorry. Ach, wer bist du doch gleich? Macht nix. Tihihi, vielleicht kenne ich dich. Vielleicht aber auch nicht. Ich hab's vergessen. Sorry. Ich bin saufen gegangen. Das mach ich gleich noch mal. Okay. Sabota. Was gibt's denn? Ich unterhalte mich ja gern mit dir. Aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich dich kenne. Naja, da ich mein Leben lang im Palast gedient habe, hab ich die Stadt nie verlassen, weißt du? Und jetzt, da Billa erwachsen ist und ich dachte, ich kann mich etwas zurücklehnen. Natürlich musst du mich jetzt stören. Wie dem auch sei, ich befinde mich im Ruhestand. Also halt dein Maul. Was ist denn passiert? Die Banditen sind gekommen und haben den Schatz der Gerudo den Dommerhelm entwendet. Schlimm genug, dass es Banditen einfach so gelingt, in den Palast einzubrechen. Aber dann stehen sie auch noch den Schatz. Wenn ich noch im Dienst wäre, ich hätte die so dermaßen zerfleischt, ey. Zerfleddert getötet. So, und dann müssten sie nochmal ganz unten anfangen. Mit der Grundausbildung. Wie neue Rekrutinnen. Ach so, sie hätte die Wachen bestraft. Oh, das ist ja nicht lieb. Die armen Wachen. Äh, hallo? Bah, Durststrecke. Ach so, hier soll man dieses, diesen, 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 weil, boi. Wasser. Komm, lass auf, mal da. Pfff. Was denn für Eis? Naja, wir beziehen unser Eis aus dem königlichen Eiskeller. Deshalb kühlt es unsere Getränke nicht nur, sondern veredelt zusätzlich noch den Geschmack. Aber du bist doch etwas jung. Was willst du mir geben? Wei will wei. Die meisten Frauen wollen das haben. Er ist süß und ganz leicht salzig. Genau, wie die Liebe. Aber du bist doch zu jung. Habt ihr Milch? Bist du eigentlich verrückt? Nein! Bist du für ein kleines Weh? So, was haben wir hier nicht. Wahrscheinlich hat die Kleiderhänderin Greta dich auf den Arm genommen. Ich frage mich, was die immer heimlich treibt. Einer unserer Kunden hat letztens von ihrem Laden erzählt. Je mehr man davon verstecken will, desto... Je mehr man etwas verstecken will, desto mehr fliegen die Kleinen da rauf. Aber du siehst mir immer noch zu jung aus. Tschüssi! Da fällt mir auch... Pocky macht sich in letzter Zeit rar. Früher kann sie... Früher kam sie fast jeden Abend hierher, um einen Wei will wei zu trinken. Oh, Entschuldigung. Mit ihr hat das nichts zu tun. Schon gehört. Ich habe jetzt endlich das Passwort für... Du weißt schon was? Echt jetzt? Ein ziemlich verrufener Ort, wenn du mich fragst. Trotzdem interessiert wäre ich schon. Das Passwort lautet... Hey, warte mal. Du da! Du stehst einen Meter vor uns und lauscht uns? Ernsthaft? Verzieh dich! Und wenn ich mich... ...verstecke... ...so dass ihr mich nicht sehen könnt... Kann ich echt nicht aufs Sofa drauf? Das ist ja wahrscheinlich... Loll. Ja, ja, schon okay. Hallo? Oh, die tut mir ja leid. Ach so... Ach so... Aber mehr juckt die es nicht. Hi, Linkix! So. Auf dieses Rätsel bin ich mal sehr gespannt. Wahrscheinlich muss es nachts sein oder ich muss hier irgendwo draußen rumhängen. Kann ich die von hier belauschen? Nein? Nein? Komm schon. Wenn ich hier hinklettere? Geht auch nicht. Oh, Mann, oh. Ist ja gemein. Von hier? Nein? Ach, Mann, oh. Ist ja gemein. Aber okay. Wie geht's dir? Wie war der Stream gestern noch? Kletter. Kletis. Oh, so war das also? Und dann noch so? Und naja, ja. Hä? Was ist los? Was denn? Muss man dir alles erklären? Ich werde gerade ein Gerücht erforschen. Zurzeit ist der Titan-Stadtgespräch. Ach, wenn ich nur irgendwas über ihn finden könnte. Ich könnte reich werden. Hast du was erfahren? Es sieht danach aus, als würde die elektrische Standung von zwei... ...Höckern auf seinen Rücken generiert. Und irgendwo an seinem Schwanz ist ein Eingang. Also muss man tatsächlich hinein gelangen können. Aber der ist ganz schön weit oben und es hakelt die ganze Zeit Blitze. Hm, da muss man sich wohl etwas einfallen lassen. Vielleicht etwas, womit man ihn zum Stolpern bringen könnte. Oh ja, warte, das darf ich ja nicht erzählen. Das gehört mir alleine. Wenn du etwas wissen willst, musst du es dir selbst schon verdienen. Nice. Oh, da ist wieder dieses Mädchen. Savota! Savota! Was machst du denn? Hihi. Mama darf das nicht wissen, aber hier wird... Das hier wird mein Obstgarten. Dann kann ich bis zum Unfall in Früchte futtern. Oh, ich weiß noch nicht, was ich hier anbauen soll. Und wenn ich ganz viele Früchte habe, gebe ich dir welche ab, okay? Ach so, das ist keine Aufgabe, es ist ja nicht mehr so. Äh, gut. Somit habe ich mit jedem hier gesprochen. Ah, das ist der Schmuckladen wieder. Du willst mir irgendeine Scheiße verkaufen, das will ich aber gar nicht. Gut, dann wird es wohl Zeit, das Ziel zu erreichen, würde ich mal sagen. Ich nehme mir mal so eine Sanddroppe im Training, okay? Tschüss! Okay, Sanddroppe. Lass uns Training machen. Was? Als ob der mich gesehen hat. Ja, lol. Ach so, die Isolierrüstung. Stimmt. Vielleicht sollte ich mir erst mal die Isolierrüstung holen. Mist. Mist. Wo ist denn die? Die war auf irgendeinem Elektroplateau. Wo ist denn das? Schneefeld, also Schnee ist es nicht. Das müsste dann, wenn, dann links unten sein, ne? Skiral Plateau ist das hier? Irgendwo beim Hyrule-Gebirge. Wie hast du geschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm. Ich muss mir wieder vorlesen lassen, das ist sinnvoller. Okay, äh. Es war fast sechs. Da ich keine Strichliste der Kommentare führe, kann ich es dir nicht genauer sagen. Nice, ey. Nur ist das nice. Dann war es, schätze ich. Donner Plateau. Das ist... Ich bin hier falsch. Äh. Mensch Anton. WTF Strohi. Was los? Ist das auch geil. Das Donner Plateau. Schön. Ne, ich hab keine Ahnung, wo das Donner Plateau sein soll. Ich hätte es jetzt hier irgendwo von... Beim Wasser Titan. Beim Wasser Titan. Warum hast du in die Vorlage Funktion? Vorlese, mein bester Vorlese. Stern vorlese. Ist das dann hier oder was? Also möchtest du mir sagen, da hier, wo dieser Titan war... Ja, lol. Äh, dieser Leune. Das müsste ja dann hier irgendwo sein, ne? Es wäre cool, wenn man hier einfach Orte sucht. Ich mag Strohi nicht. Oder doch nicht beim Titan, sorry. Och, Mann. Nördlich der Wüste, wo das Hyrule Gebirge, große Ansicht der Karte, ist. Stroh ohne E. Er lässt mich so Dingeszeug vorlesen. Schön. Aber das war jetzt gemein. Es gibt hier auf jeden Fall viele Plateaus. Das ist wahrscheinlich schon wieder zu weit. Ich wurde von Strohi gezwungen, für ihn Zeugs vorzunehmen. zu lesen. Helft und rettet mich. Sieben Schrägstrich Zehntumuch Plateaus. Ja, das sind echt zu viele Plateaus, ey. Aber okay. Ich will dich jetzt haben. Stall am See ist der Helm. Jo, Strohkopf. Weißt du was? CMU hat jetzt Vulkan. Bin gespannt, ob's läuft. Oh, nice. Was ist denn los mit dir? Wie kannst du mich auf die Entfernung hören? Ich glaube, ich spinn. Ich hol euch. Boy. Viel Spaß beim Versuch, mich jetzt zu hören. Hahaha. Nix da. Das hast du jetzt davon. Wart ist denn? Wart ist denn? Wart ist denn los mit dir? Alles. Alles mein Bester. Ach so, die kann ich gar nicht besiegen in der Form, bis ich... Bin wieder da. Hi. Hi Michi. So, also wo habt ihr jetzt gesagt, ähm... Stall am See. Hier ist irgendwo ein Stall. Das zweite ist Hyrule Gebirge, nordwestlich des Turms der Hügel. Also müssen wir sagen, hier irgendwo... Was? WB Michi, drei. Moment, Moment. Wir machen das jetzt mal so. Ne, keine Ahnung. Zur Not google ich das selber einfach gleich nochmal. Das zweite ist Hyrule Gebirge, nordwestlich des Turms der Hügel. Aber auf Twit kann ich nicht schauen, da mein Laptop 1080p nicht packt. Turm der Hügel. Das Vorlesen geht mit der Zeit echt auf den Zeiger. Ja, das stimmt. Der Turm der Hügel ist tatsächlich ein Turm. Die Aussprache von mir ist so schrecklich. Schaltet mich ab. Oh. Oh, Gott. Es gab mal einen Strohi, der wurde von einem Blitz getroffen. Allerdings ist er vom Typ Boden. Also fiel bloß das E runter und so entstand Stroh ohne E. Halt die Klappe, ey. Okay, also du sagst hier irgendwo nordwestlich. Also das hier ist der Turm der Hügel. Und dann Norden. Westen ist links. Und du sagst hier irgendwo ist das. Nördlich der Harzblut-Sürmfe. Okay, dann versuche ich das. Hallo, ihr bin's. Ne? Sagt er nicht. Haha. Schön. Okay. Ich hab es jetzt abgemurkst, weil ihr alle geheult habt. Ich hoffe, ihr seid froh. Ich hoffe, ihr seid wirklich froh, Leute. Er ist tot. Sie ist tot. Und ihr seid schuld. Ihr wolltet sie nicht haben. Jetzt existiert sie nicht mehr. Gut. Endlich wieder schön sein. Was zieht man an? Wie hieß die Tusse eigentlich? Heda oder so. Die hat einen ganz komischen Namen. Also ist die einzige Microsoft TTS für die deutsche Sprache. Wir wollten ihnen nur ausreichen. Es ist eine Sie! Bei den vielen Oferchen hat es die Probleme. Oh ja. Okay, äh. Oh, da sind Pferde. Das ist ja schön. Wann wohl werde ich endlich mal... Jetzt übersieht Stroh wieder alle unsere Nachrichten. Nein! Hier steht mehr drin. Okay, werde ich mir gleich mal durchlesen dann. Es regnet. Killing me. Es ist Sonne, aber es regnet. Schein in der Nähe. Dort. Okay. Kann ich hier hochladen oder es ist ja auch wieder Regen. Oh. Du sagst mir, hier ist ein Stein, aber ich sehe ihn nicht. Das ist nur ein Turm. Okay. Na, dann kümmere ich mich erst mal um den Club. Ich weiß nicht. Ob sie auch die Hymne der... Ob sie auch die Hymne der... Äh, ich weiß nicht. Let's roll. Das krieg er sogar ich auf die Reihe. Lächerlich. Das war überhaupt nicht schwer, du Krok, ey. Hey, du hast mich entdeckt. Ja, sorry, war halt nicht schwer. Ich will den ganzen Weg nochmal. Okay, also... Ich guck mal. Prüfung im Turm. Du, deine ihre Lächerlich. Und auch Ja, ich ahne, wo das sein könnte Ich weiß auch gar nicht, wo Keine Ahnung, wo das sein könnte Irgendwo, wo halt viel Gewitter ist Aber wo soll das sein? Ich weiß es ja auch nicht Okay Oh nein, das ist wieder so ein Kugelschreinrätsel Oh je Ja, bitte extra schwer machen Das wäre super Kann ich noch mal? Nein, ist ja langweilig Okay, aber ich ahne, wo das Gewitter sein wird Ich ahne, wo es sein könnte Ja, das sieht mir so aus Okay, hier ist Gewitter Das heißt, ich kann jetzt schon mal schauen Bei Schilden habe ich keine Angst Das Master Sword ist garantiert Strom anziehend Donnerplateau Äh Ich bin mitten im Gewitter Ah, jetzt zeigt er mir endlich an, was los ist Gut Wer im Land des Donners weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt Wenn vier Geister an ihre Plätze reisen Den Weg zur Prüfung Sie dir weisen Prüfung im Sturm Uiuiui Ganz chillig Ganz chillig Der ist schon mal richtig Da hinten ist eine Kugel Oh, das wird auch nicht so einfach Diese Kugel zu erreichen Uff, wie soll ich denn da hochkommen? Da brauche ich ja mein Ravioli Weil hochklettern, da rutsche ich ja wieder runter Ja Oh Mann Also hey Ravioli, helf mir mal Ich hoffe sehr, ich brauche die sonst nicht mehr Welt, wie kriege ich die denn da jetzt überhaupt? Ach doch, ja da Autsch Erstmal voll auf die Fresse gekriegt La 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 Gewitter ist mir doch so egal Gewitter ist mir egal La 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 Gewitter ist mir egal Was soll schon passieren Wenn ich bei Gewitter laufe La 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 Gewitter ist mir Autsch Toll gemacht, Link Gewitter juckt mich keine Sekunde La 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 Ich werfe die Kugel Das hat nicht funktioniert Das hat auch nicht funktioniert Nein 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 Kugel Kugel, wo bist du? Stimmt, ich werde nicht nass Aber klettern kann ich trotzdem Warum? Komm her Wie kriege ich dich denn da jetzt wieder? Nein Nein Das hat nicht funktioniert Du hast da so einen Störgeräusch Meine Stimme oder was? Er fliegt aber auch durchgehend auf die Fresse Das ist so traurig mit ihm Wie kriege ich dich denn jetzt da hin? Ich hätte dich gerne oben auf dem Plateau Das wäre voll nice Soll ich das klippen? Bitte klippe es Klippe alles Du musst dir einen anderen Weg einfallen lassen Ich habe es fast befürchtet Aber es ist fast befürchtet Wahrscheinlich ist es irgendwas einfaches Wie dass dieses Ding Stasi verpräglich ist oder so Ich habe es fast befürchtet Bei meinem Glück ist es wahrscheinlich eh wieder so, dass dieses Ding einfach magnetverträglich ist. Nein, was? Stasi? Ja, natürlich. Also keine Stasi hätte mich ja schon gewundert. Das heißt, wahrscheinlich spiele ich einfach Golfschläger. Hau dieses Ding mit voller Bucht hier rüber. Wofür sonst hat man den Hammer? Ist eh besser für die Nachwelt, wenn sie das nicht erleben. Ich weiß gar nicht, warum du immer so negativ bist, Papse. Wer würde denn sowas nicht erleben wollen? So, halt. Ich muss doch mal kurz meinen Hammer verwenden. Ich muss doch mal kurz meinen Hammer nicht mehr verwenden. Das war jetzt nicht so schwierig, sag ich mal. Oh, jetzt muss ich da irgendwie hoch, ohne auf die Fresse zu klicken. Oh, wenn du mein Ravioli wieder isst. Jetzt muss ich ernsthaft auf Ravioli warten. Nein. Ich nehme mich mit, wenn du unbedingt willst. Ohne Ravioli komme ich da nicht hoch. Das ist ja kacke. Raviolis stürmen, genau. Ravioli sind immer gut. Der Weg ist das Ziel. Das hat geklappt. Dosen Ravioli. Definitiv Dosen Ravioli. So, wer von euch ist das Feuerkugelchen? Du bist das Feuerkugelchen. So, nimm. Nein, du bist ja gar nicht das Feuerkugelchen. Du hast mich ja verarscht, ey. Du bist das Elektrokugelchen. Ey, du bist ja gemein. Lüge mich doch nicht an. Dilger, was geht? So. Ah ja. Hier hat irgendjemand eine Elektrowaffe hingesteckt, damit ich sterbe. Nicht sehr höflich. Saravioli, werde fertig. Die anderen beiden erreiche ich ohne dich nicht mehr. So, Glurakpose. Wuuup. Funktioniert nicht. Schade. Eieiei. Aber schön, dass es einen Blitzableiter gibt. Ha. Hu. Ha. He. Hu. So. Heine, ich hab schon gedacht, du wirst niemals fertig. Du alter, fauler Sack, du ey. Schrecklich. Ich mein, ja, ich hab das auf dem Stasi-Modul einfach runterholen können. Ist schon wahr. Aber ist viel cooler so. Was? Um diese Uhrzeit lässt deine Batterie nach, bist du denn ver... Nein! Mein Ball. Eieiei. Du bist der... Nein, er ist der Blitzableiter. Okay, ciao, Jus. Viel Spaß, äh, 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 beim Film, glaube ich, guckst du, ne? Auf jeden Fall viel Spaß, egal, wo du hingehst. Es ist wieder Nacht, oder? Es ist wieder Nacht. Von all dem Wetter, das ich auf dieser Welt leiden kann, ist Nacht das Schlimmste. Schreckliches Wetter, Nacht. Warum muss denn der jetzt auch noch hier rumrennen? Ey, das ist ja nicht wahr. Ja, das ist ja nicht wahr. Vielen Dank.